Hi, wir melden uns mal wieder mit den aktuellen Juniorrad News. Es war lang her, dass wir uns gemeldet haben, doch es ist viel passiert. Wir haben unsere Vision ein bisschen konkretisiert und auch einen coolen neuen Motto-Spruch, den wir euch leider noch nicht vorstellen können, aber in den nächsten Tagen eher ein cooles Design von uns sehen wird. Außerdem haben wir noch mal definiert, was denn die Aufgaben vom Juniorrad und auch vom Juniorreferenten tänkt. Wir haben geguckt, wo genau man was noch verbessern könnte und welche Strukturen man anfassen muss. Außerdem haben wir noch geschaut, welche Ziele noch offen stehen und wie wir diese auch mit sogenannten Speedboats erreichen können. Wir haben unsere bestehende Struktur noch mal vereinfacht und verfeinert und auch mal visuell dargestellt, dass es einfach ist, diese zu verstehen. Noch mal ein riesen Dankeschön an Ulrike Schmalzried, die uns mit professioneller Hilfe geholfen hat, richtig zu brainstormen und mit verschiedenen Apps, zum Beispiel Möhrl, konnten wir genau unsere Ideen zu Papier bringen und zusammen brainstormen. Auch wenn es digital ist, konnten wir uns über Zoom austauschen und hatten eine coole Zeit. Dann, man sieht sich wieder bei den nächsten Juniorrad News. Bleibt gespannt und das passt. Ich mach nochmal mal.